In diesem Format werden DTV und ich uns in einem voranschreitenden Draft duellieren. Das bedeutet, wir öffnen in jeder Folge ein Display und bauen aus den Karten, die wir gezogen haben, unsere Decks. Dann gibt es ein Duell, in dem es um einiges geht. Denn der Sieger bekommt die beste Karte seines Gegners. Wir starten mit dem legendären Set Legend of Blue Eyes White Dragon und enden mit Invasion of Chaos. Nostalgie, legendäre Karten und heiße Duelle sind dabei garantiert. Das ist Classic Duels.